Die 22. Verleihung des BZ-Kulturpreises. Für uns steht Uli Zelle am roten Teppich. Und haben sich da schon ein paar Preisträger eingefunden, Uli? Sie haben sich alle schon eingefunden, denn die Veranstaltung soll ja um 20 Uhr beginnen. Und ich habe schon den dicken Bären hier von Anna-Maria Mühl in der Hand. Den muss ich natürlich gleich wieder zurückgeben, denn sie bekommt diese Auszeichnung hier in der Ullsteinhalle. Über 600 Personen, wie gesagt, haben darin Platz. Im Moment sind die Preisträger aber ganz oben. Und zwar im 19. Stock des Springerhauses hier an der Axel-Springer-Straße. Da gibt es dann ein Familienfoto. Vorher ist sie natürlich über den roten Teppich gegangen. Matthias Schweighöfer, das Allround-Talent ist dabei. Anna-Maria Mühl haben wir gerade schon erwähnt. Und da haben wir rechts im Bild, das ist Reinhard Kleist. Da ist ein Karikaturist, auch ausgezeichnet. Matthias Köppel haben wir, der noch ausgezeichnet wird. Hier natürlich Rosa von Braunheim. Ich hoffe, es wird eine starke Veranstaltung moderiert hier von Merit Becker.